hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge assassin's creed valhalla so wir werden uns jetzt mal bei glut und glaube graf rodo schickt eine dringende nachricht und bitte darum evo zu sprechen begibt sich nach sparen kurs sparen kurs das war hier oben irgendwo ne hier so ne hier drüben was man gucken wir mal wie lange wird jetzt noch etwa das völkchen hier das völkchen mit folge folge naja ihr wisst von einer habe das gefühl dass uns das hier nicht so bekommt warum piktet mir am hals moment merkwürdig evo von englerland du hast nach mir geschickt du sagst die königin sei in gefahr ganz recht komm mit mir sieh dir diese arbeiter an sie arbeiten fröhlich und mit stolz die schönheit meines familienweinguts hängt von ihnen ab die qualität des weins ist ihr verdienst sie sind keine lasttiere sie sind ebenso stolz auf diese weinreben wie ich ich bin nicht hier um dein weingut zu bewundern nein aber das ist mehr als ein weingut es ist eine vision des frankenreichs eine vision die unter charles nicht wahr werden kann die trauben genau zur rechten zeit gepflückt roland sehr gut verlässlich wie immer danke mein herr diese trauben bringen den wein hervor für den dieses gut so berühmt ist ich muss gestehen es ist ungewöhnlich schön in diesen landen in der tat komm ich bin langsamer als früher mein arzt sagt ich hätte durch deine hiebe sterben sollen diesen kampf hast du gewählt und du hast für deinen clan und deine ehre gekämpft das werfe ich dir nicht vor jeder gute anführer würde dasselbe tun wir sind uns ähnlicher als es auf den ersten blick scheint und meine narben werden mich immer daran erinnern ich hatte befürchtet meine botschaft käme nicht an siegfrieds äxten vorbei siegfried ist fortgegangen diese äxte gehören jetzt toka sinrix dothar das sollte ein grund zum feiern sein doch ich fürchte toka ist auch nur eine dämonin im kettenhemd toka hat viel von siegfried gelernt unter anderem was man nicht sein sollte ich hoffe du hast recht du sagtest richard ist sein gefahr ist das wirklich der grund warum du nach mir schicken ließest diese männer stehen für den wachsenden widerstand gegen charles den dicken die bittere wahrheit ist dass ich in dir einem eindringling aus dem norden mehr mut und ehre sehe als bei meinem eigenen könig ehre ist nicht an land oder glauben gebunden wohl wahr und richard scheint das zu wissen sie und der bastard bernard sind mehr als nur spielfiguren in der fränkischen zukunft bernard ein teil von mir wollte ihn gerne charles übergeben deine ehre hielt ich davon ab den jungen zu einer hölle auf erden zu verdammen er ist besser dran wenn er bei richard es bleibt wo ist die königin sie versteckt sich in einem wirtshaus in amiens beschützt von meinen leuten aber sie haben sich schon lange nicht mehr gemeldet zu lange ich werde richard es finden ich stehe in ihrer schuld für die hilfe die sie mir einst bot und sie ist meine freundin eine sache noch diese rebellion wird gelingen und wenn es so weit ist ist mein weg auf den thron schon bereitet dein wahres anliegen ich habe dem frankenreich treu gedient wie auch charles und gott aber charles ist entlarvt du willst einen frankenkönig der sich nie gegen englerland erhebt dieser könig bin ich wenn ich charles für dich töte wenn du charles für das frankenreich tötest würden wir das nicht vergessen nein charles zu ermorden in der hoffnung dass es meinem clan frieden bringt ist nicht die abmachung auf die ich aus bin ich hab dich falsch eingeschätzt aber du stehst vor der größten hoffnung deiner leute genug du bietest ein versprechen dass du nicht halten kannst oder ich gehe nach amiens und finde richard es gut viel erfolg aber ich bete dass du schaffst was mein männer nicht gelang ich hab sogar die füge wenn wir jetzt ja gesagt werden wir wissen wir sind einfach nur ein spielball in dieser hinsicht ist aber dick meine irgendwie stimmen kann mir nicht vorstellen dass er er wurde in ehrenhaften kampf oder oder besiegt also seine ehre ist da irgendwie beschmutzt in dem sinne aber der könig selber ist ja auch zeigt mir was vor uns liegt sagen wir wie es ist ihr die beiden haben wir verärgert also so oder so so oder so ist das alles muss es war ein massaker mein gott leichen verstreut wie kinderspielzeug sie sagen es war ein dämon manche sagen dass die königin welch düsterer zauber hat uns nur befallen da ist noch so ein teufel wir sollten gehen ist das blut das muss die wache der königin gewesen sein wird was ist hier geschehen versteckt ich weiß nicht ob es noch da ist das monster so viel blut versteckt ich ich sollte mich selbst umsehen ich habe es vorher klemmt ich muss auf die andere seite befehl von odo hauptmann ich vertraue darauf dass du und deine auf dass du und dein aufgebot noch in sicherheit sind in ermangelung eines austauschs mit dir habe ich eine vertrauenswürdige verbündete und nordische krieger namens eivor zu dir entsandt übergib jene die du bewachst in ihren schutz sie werden sicher sicherer sein als je zuvor das verspreche ich dir du und deine männer sind damit von ihrem derzeitigen auftrag entbunden ihr könnt euch zu euren familien begeben ich lasse nach euch schicken wenn ich euch brauche wieso ist denn das jetzt schon hier das ist ein bisschen merkwürdig das ist die königin so entkommen oder sind ihre gegner so zu ihr gelangt mehr von odos männern sie konnten die königin nicht schützen ein mensch was hat der hier gemacht eine schriftrolle mit eigenartigen zeichen ob sie teil von bernards studien waren das ist der typ der olle könig roter moon ja das sind odos männer der wird könnte etwas über diese schriftrolle und die zeichen wissen der wird der hat uns ja nicht mal jetzt was gesagt was soll denn der wird jetzt noch sagen oben liegt ein toter mönch und eine schriftrolle in einer sprache die ich nicht kenne vielleicht die heilige schrift in lateinischer sprache der kleine prinz liest latein bernard ja sie waren hier dieser mensch war sein lehrer er ist von der kirche hier in amiens die königin sagte zu bernard er solle zu den priestern und nonnen dort gehen wenn er probleme hat dann sehe ich mir mal die kirche an und hoffe die königin dort zu finden ok ok hört hört amiens feiert den großen sieg von könig charles über den heidenhäuptling den man siegfred nennt zeigt euren glauben und eure treue zur krone indem ihr euch in amiens blau kleidet stoffe günstig wie nie ist der gerade größer hier wohnt hört hört amiens feiert den großen sieg von könig charles über den heidenhäuptling den man siegfred nennt zeigt euren glauben und eure ich hab den jungen gesehen ich wusste es der bastard prinz treibt sich hier irgendwo herum wer macht ist hier ich darf ja nicht erwischt werden naja immer mit der ruhe hast du schon gehört was charles mit der königin vor hat ist mir egal ob sie vom teufel besessen ist niemand sollte lebendig verbrannt werden ja 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 werden hat er wo wir wissen wo kommen wir Ja! Alter, das war ja mies Ich war doch noch nicht so weit Ihr könnt mich doch nicht, wenn ich den hier Schröpfe hier Oder umnieten will Könnt ihr doch nicht einfach hier Geht auch nicht Oh, Entschuldigung Na toll Oh, Entschuldigung Eivor, Gott sei Dank, du bist es Was ist geschehen? Das Monster hatte uns zu Vaters Villa gebracht Aber Richardis lenkte ihn ab Und ich bin an der Mauer entkommen Es gibt dort einen Turm Und wenn man gut klettern kann, wie ich Kommt man leicht hinüber Wo ist Richardis? Wo ist die Königin? Das Monster Es nahm sie mit Du meinst den, der das Gemetzel im Schankhaus angerichtet hat? Er sagte, er bringt uns wegen irgendwas zu Vater Eine Prüfung Ich war... Was für eine Prüfung? Ich... Er nannte es eine Probe Ja, eine Feuerprobe Bei Vaters Villa Hier in Amiens Wer will sie lebendig verbrennen? Hör zu, Bernhard Geh zu eurem Haus Ich kümmere mich um Richardis Ich kann ihr helfen Ich weiß So manches Du musst meinem Vater nichts tun Er ist nur Oft etwas verwirrt Du musst dich in Sicherheit bringen, Bernhard Das Schicksal des Frankenlandes Hängt von deinem Überleben ab Es ist ein großes Wagnis Sich allein die Sequoana entlang zu schleichen Eine wahre Heldenprüfung Bist du bereit dafür? Ich schaffe das Gut Dann geh Geh immer weiter Und sieh nicht zurück Ich kümmere mich um Richardis Leb wohl, Evoa Du musst Papa nicht töten Der ist manchmal verwirrt Naja, er ist König Was willst du mit einem verwirrten König? Was willst du mit einem verwirrten König? Der kann doch Der kann doch gar nichts Das ist nicht nur Was ist denn das? Hm? Fort mit dir Kirchen Fort mit dir Kirchenangelegenheit Nur Christen haben Zugriff. Ah, falsch, oder? Ah! okay okay wir haben schon mal einen schlüssel wofür der schlüssel ist wiss ich noch nicht die turnie hoch hier kommen wir hoch Da kommen wir nicht rum. Ah, der Schlüssel ist für die Türe hier, wa? Oh, mir schläft schon wieder mein Fuß ein. Der Krater liegt auf meinem Schoß. Ja, aber nicht heute. Läuft doch gut! Läuft doch gut! Läuft doch super! Hey, gewesen, ich muss da unten irgendwo hin. Warte mal, was war denn da? War das Tor, ne? Da hinten ist noch ein Schlüssel. Küche ist voll, okay. So soll das auch sein, ne? Soll es auch sein, aber nicht. Okay. Was gibt mir Kraft? Ja, wo ist denn hier drin? Gar nichts. Ja, wo muss ich denn hier rinnehmen? Da hält es nicht rin. Warte mal, ich muss mal... Rabe nicht verfügbar, ich kann nicht mal gucken. Hey, Moment! Friss das, du Hund! Halt nicht. Versteckst du dich im Gestrüb? Stehen bleiben! Was ist denn das hier? Ach, die olle Tür. Warte mal, wir müssen doch hoch. Oh, mir schläft mein Fuß ein. Ne, nur höher, höher. Okay, wir sind drin. Gott persönlich wird dieser Zeremonie beiwohnen. Möge er den Unschuldigen seine unendliche Gnade zuteilwerden lassen. Doch wenn jemand schuldig ist der Lüge, der Verschwörung oder des Ehebruchs, möge sein heiliger Zorn diese verdorbene Seele treffen. Oh, Miesi, mal runter von mir. Ich habe nichts zu befürchten. Dankeschön. Du bist es, Charles, der Gott um Vergebung bitten sollte. Hey, was ist los? Warum wird das schon wieder so dramatisch hier alles? Wir werden schon bald sehen, wer in Gottes Gunst steht. Die rückt erstmal ihren Mobster zurecht. Mein Schutzengel nähert sich. Das ist kein Engel. Für meinen König und meinen Gott ist es an der Zeit, diesen Teufel zurück in die Hölle zu schicken. Wieso lebt denn der? Du lebst? Tritt beiseite, Bischof. Dein Gott errettet Menschen nur einmal von den Toten. Für Engel Wynne. Für die kleine Mutter. Für meinen Bruder Ibel. Ich werde die Welt von dir befreien. Aus dem Weg, Bischof. Oder ich töte dich erneut. Der Herr hat mich geschont. Ich bin sein Zorn. Aufräum. Aufräum. Denn du hast meine Seele vom Tode befreit. Mein Auge von den Tränen. Meinen Fug. Ich glaube, du willst den Schmerz. Du genießt ihn. Ich schütze dich. Ich will dich nur zur Hölle schicken. Schlage ich den jetzt hier an. Ich schlange dich aus. Und ob ich schon wanderte. Deine Verdauigkeit ist unmenschlich. Alter, der brennt und... Ach man, hör doch mal auf hier. War so spektakulär gerade. Ich schlange dich aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bellatoren werden gar nichts. Wieder einmal warst du sein Werkzeug. Du verströmst Gottes Gnade, Ava. Du verwechselst Gnade mit dem Rausch des Sieges. Armer Bischof Gutzelin, ich bete für seine Seele. Er diente dem Herrn so gut er konnte. Ich muss mit Charles reden. Und es könnte sein allerletztes Gespräch werden. Nein. Er ist ein gequälter Mann, der als Kind gefoltert wurde. Er wurde wieder und wieder gebrannt. Sein Leben besteht aus Angst. Angst vor Feuer. Vor Gott. Vor Untreue. Er verdient Gnade. Noch vor einem Moment wollte er dich lebendig verbrennen. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Verschone ihn. Bändige ihn irgendwie. Ich kann ihn zu unserem abgelegenen Landhaus im Osten bringen, wo er geistlichen Beistand findet. Dort können wir in Ruhe leben, während ich Bernhard auf die Thronfolge vorbereite. Ich versichere dir, er wird ein Herrscher ohne Ambitionen Gnenglerland sein. Verschone Charles und deine Leute werden sicher sein. Gut. Wenn ich kann, verschone ich ihn. Ich muss nur sicher sein, dass er die Absprache einhält. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Der Herr wirkt durch dich und er ist gnädig. Na, ob das alles so richtig ist? Hm. Vater. Segne diese Männer, die sich demütig deinem Urteil stellen. Amen.